Was ist denn mit dir los, ey? Ich komm da nicht hoch. Sehr gut. Aua, Aua, Aua. Jo, die Züge sind jetzt Feuer. Ich wollte irgendwas sagen. Ich hab's vergessen über die Action, die hier... Wo seid ihr denn eigentlich? Eine Sache noch zum Glück. Position und Geld werden geteilt. Also wenn ihr euch fragt, warum wir hier gierig uns Geld und Munition nehmen, das wird aufgeteilt. Da hat jeder was gefunden. Ja, wobei du hast ja so einen Verteilerschlüssel, dass du immer ein paar Prozent mehr kriegst. Ja. Ich hab mir so einen Shield Booster genommen, aber erstmal kämpfen und dann ausverteilen, ja? Wie? Du hast ihn einfach genommen? Ja, weil hier Gegner sind, deswegen. Der Shield Booster, der fliegt von hier weg. Also du kannst sehen, der ist sowieso eigentlich deine. Oh. Okay, hier ist ein ganz dicker, fieser Typ, ey. Bad as Goliaths. Ey, was passiert denn jetzt genau, wenn man Feuerwaffen benutzt? Weil ich hab... Wir sind resistent gegen Feuerwaffen. Ich hab aber gerade eingekillt ihn, nach Feuerwaffen. So, wir haben's. Wir haben die Asche von den Dödeln eingesammelt. Wir haben die Asche von den Dödeln eingesammelt. Der Engro, der fliegt zwei. Oh, hier sind wir noch. Ah, okay. Mir geht's schon ordentlich um Dödeln da. Ja. Ja. Keine Dünchen. Ey, kann es sein, dass ich gar nicht der krasse Typ bin, sondern der Schröck? Was heißt, was heißt krass? Ja, ich denk dauerlich, ich wampse die mit meinen Waffen voll um. Aber ich glaub, das ist die ganze Zeit der Schröck, der da krass... Ja, jetzt. Dann helf mir doch auf. Ich komm, Ed, ich komm, Ed. Ja, ich mein, jetzt sind Typen, Typen hier weg. Ich komme. Ich komme, Eddie. Ey, hallo, der will dich nicht verwalten. Aber gut, der Booty hat's schon. Ne, ich hab's selber gemacht. Weil auf euch einfach kein Verlass ist. Oh, oh, oh. Und zu Power Mode. Putzen, 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 putzen. Oh, oh. Was geht denn? Die sind jetzt an meinem Namen, dass wir... Ey, wo kommen die denn alle her, ey? Weg ist er! Hier. So, wir jetzt zurück zu dem Typen und unserer Asche am Blut geben. Aber hier sind bestimmt auch noch Gegner. Gegner? Sollen wir nach Helf und sowas gucken jetzt hier oder nicht? Ääääh... Oh, Alter, ey. Woah! Gegner, 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 Gegner! Was? Wo? Oh, ich bin tot. Oh, oben, oben, ey, hier. Was ist denn das? Was habt ihr denn da gemacht? Oh, ich bin auch gleich weg! Ich bin weg! Shit! So dumm! Nicht alleine gegen so welche Gegner, ey! Oh Gott, was macht ihr denn? Second win! Second win! Second win! Noch nicht weg! Nein, nein, nein! 30 Minuten in der Nähe ist geil, helfen bitte! Wo bist du? Wo bist du? Oben, oben! Bitte! Jawoll! Dankeschön, Leute! Putzen, putzen, putzen! Top, Leute! Das sind noch zwei Gegner! Top! Hier ist eine Waffe! 30, 91! Oh, die lumen gleich, wenn die alle weg sind! Oh, noch ein riesen Spaß! Oh Mann, ey! Wie viele sind denn da? Ich bin tot oben! Ähm, ich drüber nicht! Da, ich hab dich! Okay, ich versuch reinzukommen, ne? Ja, aber ich merke ihn ab mit meinen krassen Skills! Komme! Boah, der hält aber auch gut aus! Ja, oh nein! Jetzt läuft der Amok! Diesen Typ, wenn man den Kopf wegschießt, ist der Böse! Und dann läuft der Amok! Und das kann auch dazu führen, dass er seine eigentlichen Freunde angreift! Was einem auch helfen kann! Wow, 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 wow! Hilfe, 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 Hilfe! Boah, der haut mich, der haut mich! Nee! Oh je! Das ist jetzt nicht gefallen! Alter! Wir müssen den hauen! Komm, wir hauen den jetzt! Weg ist er! Weg ist er! Weg ist er! Jawoll, weg ist er! Ich hab ein Problem! Jetzt gibt's ne schöne Waffe für den Edel! Ne? Oder? Was war ich nochmal gerade gerade? Du warst gerade gerade, ja! Das ist... Oh, hier ist ne feines Sniper Rifle! Ey! Das war gerade, gerade! Das war gerade, ungerade! Gerade, ich kotze! Wie der nächste? Natürlich! Echt? Ey! Und da ist ne blaue! Okay, ich sag jetzt jedes Mal, wenn's sich hört, beschwer ich mich jetzt! Es ist wieder! Unfassbar! Ja, ja! Gerade, ungerade! Die blaue ist mir! Ey, du kriegst immer die geilen blauen Sachen, ne? So geil! Die blauen Sachen geht immer an mich! Gerade, ungerade! Hier! Boah, ey! Das ist ne krasses Sniple! 182! Ja! Das ist wahrscheinlich die beste Waffe, das ist jetzt wieder! Ungerade, gerade! Ey, oh! Feuer mal mit dir ab! Eddy! Nee! Das ist... Feuer die mal ab! Die ist geil, die hat so schnell Schuss! Wie, was? Moment! Nee, die Sniper, die du da rein hast! Ja, ja, Moment! Ich muss ja erstmal, äh... Equipten! Wo weißt du das? Jetzt kann man bei mir sehen, dass man hier die Waffen, äh, so vergleichen kann. Links ist das Equipment, wer es nur die Borderlands gespielt hat. Rechts sind die Waffen, die man jetzt eingesammelt hat. Und, äh, da kann man immer, obwohl's so komplex ist, ganz gut erkennen. Der hat kein Dauerfeuer! Was die Waffe jetzt kann? Nee! Dann kann ich die ja nehmen! Hier oben ist noch ne gerade Waffe. Ah, ist das sie mit dem Bayonett oder was? Nee, auch nicht. Ah, guck, neu, ganz neu. Ich hab hier so ne Feuer, äh, also ne Feuerprojektilsniper, äh, die halt so mehrere Feuerstöße abgibt. Ich hab hier oben noch ne gerade gerade Waffe gefunden. Ne, immer gerade gerade, ich hab die Schnauze voll. Geil! Wo denn? Oben? Äh, oben in diesem Haus da. Ich kann's dir leider nicht genau erklären. Äh... Zeig mal den Kommando mal. Wo bist du denn, wo die? Ähm... Oben, Treffer hoch. Hier, wo seid ihr denn? Steht ihr nicht? Ne. Den Treffer hoch. Ah, die Leiter hoch. Wo denn? Da. Ne, lass mal den Ganserker durch, der hat ein Geschenk für sich. Loot, Loot! Was ist das jetzt hier? Ganserker brauche ich nicht. Kommando. Äh, der arme Automat, der ist zu weit weg, ne? Brauche ich nicht. Ja, wir können jetzt auch, wir können erst mal zu den Typen zurück. Mal gucken wir schon was. Ja, gut, da ist eh jeder hier. Da lauf ich schon mal vor, ist das okay? Ne, wir laufen zusammen. Ey, lauf, es sind hier noch irgendwo schöne Sachen, die ihr nicht genau habt, wenn sie euch nicht gehört? Oder so? Wo ist denn das Schild, was du gesagt hast, was für mich ist? Ähm... Das hast du aber schon direkt genommen. Ne, der Nils hat irgendwie was gesagt. Das liegt hier auf dem Boden. Und zwar... Hier bei mir? Wie liegt ein Schild auf ihm hier? Ja, da beim Budi und ich bin jetzt auch da. Ja. Hier liegt noch ne Knarre. Gerade, ungerade. Echt? Ja. Das ist sehr unfassbar. Das ist ja schon wieder von Eddy. Und das hier ist... Oh, hier! Gerade, gerade! Wo? Immer gerade, gerade. Ich halte aber nicht mehr auf, der Nils. Ne, das war ich hier an der Zeit. Du selber schuld. Die Teufel, die du riefst. Ah, hier oben ist noch, ähm... Du wärst eine Waffe gehabt, falls ihr braucht. Braucht irgendwann noch Hilfe oder nicht? Du bist ja auch in Ordnung. Ha, 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 ha. Braucht irgendwer noch Hilfe? Ey, Jungs, ich habe hier glaube ich eine geheime Stelle entgegen. Ja, bräuchte ich ein bisschen. Hier oben bei mir, Nils. Ähm... Aber, also, ich bin der Meinung, dass wir eher weiterziehen sollten, weil wir erhalten uns jetzt lange auf. Lass uns das festbeenden jetzt. Na wohl. Chester Koppel. Komm, wir müssen hinten lang. Äh, gerade, ungerade hier, noch eine Waffe. Das bin ich. Ach, man ey. Es ist ja heute echt ein Tag wie noch nie zuvor. Äh, hattet ihr früher irgendwie, wenn ihr gezockt habt in den Freundeskreisen auch immer einen, der immer rumgemosert hat? Ja, da er... Ja. Der spruch sich... Irgendwas mit Eddy, hättest du auch sagen können. Nein, 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 dann überhaupt nicht. Ey, ich hab auch gar nicht immer Sprüche gegen dich machen. Du machst doch schon von allein. Ja, ja, genau. Wir sind hier falsch, ne? Oh Gott, wie falsch, ne? Klasse Dis, ey. Ey, da liegt eine Waffe auf dem Berg. Wer hat die denn eingeworfen, welches Schwein? Andi liegt gar nicht auf dem Berg. Das war eine optische Täuschung zu denken in der Luft. Gerade, gerade. Ja, ja, ja. Ja, das ist aber diese komische Gatling, von der ich vorhin schon gesagt habe. Die kann gerne jemand haben. Das hört euch neben sie an. Und wenn ich sie nur verkauf. Weil die habe ich nicht schon. Okay, seid ihr alle da? Dann triggere ich jetzt mal das. Trigger, Trigger. Juhuu. Oh, ich will auch so eine Waffe. Oder kriegst du die? Nee, dass jeder kriegt seinen... Belohnung kriegt natürlich auch jeder. Nicht nur der, der hingeht. Ist ja klar. Was nehme ich denn? Ich hab das jetzt nicht zum Beispiel. Wie hab das? Ja, wahrscheinlich, weil du die ein bisschen schon mitgeauft hast. Ah, ja. Aber was kann das Ding? Das ist Schrott. Alles irgendwie doof, ne? Das ist Schrott. Egal. Ah, nee. Ich muss jetzt erstmal die Waffe hier testen. Ey, verbringt ihr auch so viel Zeit damit eure Waffen zu testen? Ja, voll. Ja. Man muss ja auch immer genau wissen, ob die gut ist oder nicht. Oder was ist das denn? Ist ja viel besser. Oder nicht? Das darf ich noch nicht nehmen. Das ist doch voll cool. Über 500. Die ist ja voll Scheibe, die Waffe. Hm. Ach, okay. Reduce Max Health. Okay. Das ist der Malus. Ich verstehe. Ich muss ein Skin anpassen. Oh, jetzt hab ich aber wirklich wenig. Egal. Ach, ich bin Level Up. Sehr gut. Kann man die direkt mal zeigen. Gibt's drei verschiedene Tag-Level-Trees, die man ausbilden kann. Und ja, die haben alle so ein bisschen andere Eigenschaften. Ich hatte erstmal hier oben Critical Hit Damage nach oben gesetzt. Weil wenn man immer mit der Sniper Rifle auf den Kopf zielt, macht man sehr häufig Critical Hit. Und wenn dann die Damage höher ist, ist es natürlich gut. Immer wenn man was macht, macht man sehr häufig, oder was? Wow. Eddie, stark. Seventy percent of the time, it works all the time. Äh, was mach ich denn jetzt hier? Ey, du hast wirklich komplett nur ein Ding hochgelevelt. Ja. Shooting other players heals them. Okay, das heißt, wenn ich dann euch abschieße, bekommt ihr mehr Health, oder was? Wow. Nils. Nils. Ah, das bringt mir persönlich nix. Ne, ihr solltet nichts auch nicht benutzen. Okay, ich werde mal ganz kurz wieder zurück und verkauf ein paar Waffen, ne? Bau den doch zu nem Tank, Nils. Das ist cool. Und die Toilette ist immer noch besetzt. Piss. Hm, ich weiß auch nicht, ey. Ich brauch bessere Waffen. Ich bin unzufrieden. Okay, ähm. Das ist doch ganz cool. Bist du unzufrieden? Ja, ja. Ich hab nicht so schöne Waffen. Okay, wie geht's jetzt weiter? Defeat Scorch. Weiter jetzt. Wie weit ist das denn? Ist das weit? Oh, das ist weit. Wir brauchen ein Auto. Haben wir ein Auto? Psst. Müssen wir nicht ohne hin zu diesem... Ne, müssen wir nicht. Wo ist denn eigentlich unser Auto abgeliehen? Tja. Was ist denn... Was ist denn geparkt? Ich bin nicht gefahren. Das steht wahrscheinlich noch mitten im Eingang. Was ist denn das für ne Knarre? Oh, die kann man ja auch verkaufen. Seh ich grad. Okay. Boah. Gute Waffe oder was? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall... Shotgun mit ordentlicher Schussfrequenz. Ach, das ist ja geil. Wie viel Zeit man hier auch im Menü verbringt, ne? Ist einfach nur so... Unglaublich. Das ist auch echt ein bisschen... Naja. Man hätte halt schon alles ein bisschen übersichtlicher machen können. Aber man muss im Prinzip, um sicher zu gehen, jede Waffe testen. Ja. Und das kostet halt Zeit bei der Anzahl an Waffen, die man findet. Was ist das? Was ist das? So, was machen wir denn jetzt? Ja, weiter. Defeat Scorch, ne? Oder was? Was ist das? Ist der auch hier in dem Gebiet oder müssen wir wieder raus? Das ist ziemlich weit weg. Ne, aber das ist doch noch hier in dem Gebiet. Warum ist jetzt die... Achso, wegen des Radiuses. Und der doch... Ne, das ist... Wo ist das denn? Aha, aha, aha. Doch, das ist hier in dem Gebiet noch. Ok, jetzt probier ich mal aus. Ja, ist es? Ja, ist es. Ne, aber in die andere Richtung, oder? Äh... Ja. Wo sind wir denn? Da, wir müssen doch da ganz unten. Das ist voll weit weg. Ne, es geht. Ist es nicht hier drinnen in dem Gebiet? Oh, Freunde. Hier geht es schon wieder weiter. Wo seid ihr denn? Ne, hier lang, oder? Guck mal, hier oben. Schräugert, wo bist du denn? Äh, wenn du an dem Automaten links vorbei gehst... Ah, rechts, ok. Nils, ey ey, komm hoch. Ja. Ja. Hä, wo, was? Zurück, und dann links hoch. Also, nach den Automaten, da oben, genau. Oh, hör. Tischregge hat schon aufgeräumt. So muss man gar nichts mehr machen. Da sind so Vieche, Stimmen. So hier bin ich, Achtung! Gerade, gerade. Ah, ihr kämpft. Okay. Ey, die sind auch gesessen gegen irgendwas. Alter! Boah, was ist das? Alter, diese Kackspinnen. Sieht auch gut aus. Hier liegt noch ein Schildfallseil. Hier ist auch eine blöde Feuerfalle. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ey, ich hänge hier in dem... Äh, das ist n... Äh, Rifleman-Classmod für Kommando. Hier ist eine Rifleman-Classmod. Rifleman habe ich leider schon. Äh, ungerade, ungerade, toll! Ein Raketenwerfer! Geil, ungerade, ungerade, yeah! Ungerade, ungerade, Raketenwerfer. Geil. Boah, ist das mein, ne? Ne. Ja, ha! Boah, der hatte 590 Schaden! Ich hasse den Budi so sehr, ey. Ey, lass den mal kickvoten. Ach, Mann. Ey, das ist unfair. Vielleicht finde ich dich ja irgendwann mal. Das ist ja auch ein ziemlich großen Schaden. Schließen wir damit ab, ne? Oh, nicht schlecht. Achso, wir müssen weiterlaufen. Ey, ja, weiter. Alle ready, oder was? Ja, hier, klar, komm. Oh, ich werde geschossen. Oh, nein, diese, oh, diese domen Viecher. Wie sie mir auf die Eier gehen. Aber jetzt habe ich auch noch diese Feuerwaffe. Keinen Bock zu wechseln. Boah, was schießt denn hier auf mich? Hier kommen noch mehr. Bäh. Aua. Ein Punkt, das ist echt so traurig. Das ist krass, weil man die halt trotzdem im Verhältnis gar nicht so leicht umblasen kann, wie sie wenig Erfahrungspunkte geben. Gut, Drexvieh, sprich das hier doch an. Ja, wie schön. Diese roten Kristalle hier, die kann man in der Stadt beim Schwarzwendler einlösen. Da kann man sich zum Beispiel größere Rucksäcke kaufen, also dass man mehr Slots hat. Eiridium, ne, oder was? Ja, oder man kann Slots für einzelne Munitions, äh, ich, warte, was wollte ich sagen? Man kann mehr Munition mitnehmen für einzelne Waffen. Oh, oh, dicke Spinne. Ich schieß mit dem Raketenwerfer drauf. Nein, daneben. Ja. Jetzt hab ich getroffen. Der ist in der Tat sehr groß. Ah, halt ihn, halt ihn. Gut, Neil. Supergut. Ich schieß drauf mit dem Raketenwerfer. Resist. Ach, so ein Witz, ey. Boah, was macht die denn, ey? Die Feuerwaffen sind leider gar nicht. Nee, ich hab auch keine richtige Waffenwaffe. Haben wir Eis? Wow, wow. Ist das der Typ? Oh, resist. Oh, Mist. Oh, ich hab keine... Oh. Ich hab nur ne Scheiße auch mit der Gegend. Boah, er reicht nicht. Irgendeiner hat da Dick-Schaden gemacht. Das war bestimmt... Daniel. Ich weiß nicht, da ist mein Geschütz hier rum. Ja, mein Geschütz. Ey, wer hat denn da die Waffe gerade weg im Löck? Ey, ey, ey. Das war ungerade, ungerade, ey. Was war das? Äh, was ist das hier? Äh, ey. Insomly, der Richard, das Schild war 25%. Das ist schon ein Schild-Booster, den verliere ich immer, wenn man mir zu viel vom Schild abgezogen hat. Also wenn ich gerade zu sehr... Hier ist Held, brauche einer? Okay. Ich brauch die Waffe, die da jemand sich geklaut hat. Wer eine Waffe aus Versehen oder absichtlich einsteckt, die ihm nicht gehört... Wird eine Freiheitsstrafe nicht in der 2 Jahren straft. Ich glaub, da oben gibt's auch nochmal gleich Probleme hier in diesem Kokon. Irridium wird auch geteilt, oder? Ja. Nice. Super, ich kann mir schon wieder mein Dings, mein Rucksack erweitern. Geil. Wie viel Schwarz hast du denn inzwischen? 28. Boah. Die werden immer teurer, ne? Ja, nee. Also der erste kostet 4-Tange und dann... Den Rucksack erweitern, das kostet, glaub ich, immer 20. Ey, Bolts, warte doch, nicht so schnell. Alter, hier ist eine riesen Fischgräte, hab ich hier entdeckt. Guckt mal, Leute. Das ist wirklich eine riesen Fischgräte. Ja, was ist denn da? Da ist bestimmt irgendein krasses Item versteckt oder sowas. Ja, Leute, lass mal zusammenbleiben. Ja. Wo seid ihr denn? Ihr seid ja gerade in einer Richtung. Was sagt ihr das? Ja, aber ich mein, die Raute ist nach oben hinweg. Die geht nach oben. Die Raute ist... Ah ja, stimmt, die müssen nach oben. Die sind völlig falsch. Was soll denn das? Ich hab ja gleich gesagt, der Daniel hat recht. Der hat das ja schon mal gespielt. Da unten ist was zum Looten. Sollen wir da zuerst herhängen? Wir sind Waffenkiste. Ja, ja, Loot, Loot. Schnell dahin. Der Nils ist auch gar nicht da. Oh, hier sind richtig viele Waffen drin. Okay. Keiner nimmt was, bevor ich's nicht gesehen hab. Oh, es sind nach 39, das ist... Oh, ungerade, ungerade. Das ist eine blaue Waffe. Ja, fett. Schon wieder, Budi, ich kotze, ey. Ja, und das hier ist gerade, gerade. Die Shotgun oder was? Ja, das ist gerade, gerade, ey. Die kann aber irgendjemand haben, weil meine Shotgun ist stärker. Ja, dann nimm sie doch. Ich brauch sie nicht. Ich brauch sie nicht. Das ist ja eine weiße. Was soll ich mit einer weißen? Wenn die Muni voll ist und man nimmt die mit, dann hilft das den Teamkameraden zumindest. Echt? Ja, weil die Muni ja, wie gesagt, für alle ist. Alter, wer war das denn? Ich nicht. Wer hat dieses Scheiß-Ding aktiviert? Ich nicht. Wer von euch war das? Ich war's. Das ist so scheiße, Alter. Du bist wirklich so scheiße. Heftig, die Energie ist weg. Was ist denn jetzt? Ey, ich brenne. Ich brenne. Oh, 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 oh. Oh! Bamzen. Waffe! Ey, da ist so ein Typ mit so einem Kopf. Aha, der hat was auf dem Kopf drauf. Das ist ja lustig. Jetzt brennt er. Oh, der hat was fallen lassen. Burn, baby. Burn. Hier lag eine Wache, ne? Hier ist eine Granate. Äh, gerade, ungerade. Eddie, links. Pass. Okay, ja, stimmt. Anführungslos. Five direkt. In den singen. Julia. Bye. guap. Du machst. details Is ist leer. Hogar. Beij. Jetzt. 号 nerd. Rechts. Vielen Dank.